So, der Schilling meldet sich durch die Welt von Hero Zero. Ich stehe kurz vorm Level ab auf Server 10, aber das ist auch gut so, denn ich bin mittlerweile in der letzten Zone, wo es noch halbwegs schöne Quests gibt. Die war jetzt ideal, 2 Minuten 2000. Die wäre auch noch drin, aber ich habe jetzt sogar noch eine Heldentat, wie ich gesehen habe. Ich bin 50 Tage aktiv, 50 Tage lang Server 10. Ein Fazit, Stufe 194, 95 sollte noch drin sein, ich kann noch dreimal, oder? Jo, dreimal noch heute nachtrinken, von daher, das sieht definitiv sehr fein aus. Ich würde sagen, dann hole ich mir die mal ab, also die anderen Missionen. Ich verstehe nicht, warum es so viele Item-Missionen gibt. Gut, hier, dann, gut, die, eventuell noch, nächstes Item. Immer nur Items. Verdammt nochmal, ich will kein Item. Schwere Mission mit Item 300 XP. 500 XP für 3 Minuten. Ach ja, und das war echt schon die letzte gute Zone, deshalb beende ich das, Erhalte, 6600, 252 Erfahrungspunkte für den Vollzeitheld. Und zwei Fähigkeitspunkte, Stufe 194 aufgestiegen. Sehr schön, Sound ist an, Chat ist aus, genau, das passt. Heute zweimal Condi und ich gönne mir neue Kekse. Jo. Ich würde sagen, ich fange auch damit mal an. So, also rüste ich mich um, werde vielleicht einen Liga-Kampf durchführen, aber wie gesagt, Liga, das kann ich vollkommen vergessen, es sei denn, ich mache da echt 20 am Tag. Aber hier, man kann es ganz genau in den Videos sehen, bisher war da kaum was, also echt kaum was an Angriffen, einfach, ja, weil mich kaum Leute haben in diesem Bereich. Und jetzt einfach, man bekommt viel mehr Auswahl und jeder immer mit weniger als 10 greift hier an. Das heißt, ich bin immer der Schwächere, weil ich weniger Sets habe, weil ich die Items, oder weil ich in der Liga weiter unten bin, das ist ein bisschen schade, aber hey, das wäre so, wie wenn ich immer jetzt hier, okay, in dem Fall habe ich gar niemanden, der echt viel schwächer ist, aber doch hier den 121er angreife, anstelle des 154ers. Für den bekomme ich am meisten Liga, aber die sehen hier, oh, Schilling, easy, greife ich an, der hat Kondi drin. Oder die sehen auch, okay, ich will lieber den 100%igen Win, als dass ich einen Lose riskiere. So, ich greife natürlich den mit den meisten Liga-Punkten an, denn ich, ja, bin ein Ehrenmann. Nein, keine Ahnung, aber kann man machen, muss man aber nicht. Dann würde ich sagen, ja, nö, den Begleiter muss ich jetzt nicht umrüsten. Der bleibt noch so. Auch Duelle, uh, da ging es wieder mal nach unten. Das ist aber, wie gesagt, das interessiert mich nicht allzu sehr. Nur dieser Bonus ist schon ganz nett, wenn man da mal aufsteigen könnte, beziehungsweise einfach verhindern, dass man nächste Woche wieder absteigt. So, Second-Hander laden. Mal schauen, was es da so gibt. Neue Wurfwaffen erst mal. Und das sind Multicore-Prozessoren. Sehr schön. Drei habe ich noch übrig. Die kann ich dann getrost verkaufen. Und mal schauen, ob es zumindest heute was Besseres gibt. Nö, die Items aus dem Endlos-Modus, weil die Gegner so stark sind, die kann man einfach nicht übertreffen. Das war jetzt definitiv relativ schnell. Dann versuche ich doch einfach mal so zwei, drei Duelle mit den alten Waffen. Vielleicht bekomme ich ja wieder einen epischen Begleiter. So, hier zum Beispiel Super-Propfen angreifen. Direkt aus dieser Übersicht. Oh, Moment, eine Sache noch. Natürlich brauche ich, um die Chance zu erhöhen, meinen besseren Begleiter. So, natürlich niemanden hier aus dem Team angreifen. Das kann man machen. Mache ich aber nicht so gerne. Der Watson, Ronaldo 8. So, ist alles relativ knapp, aber das ist ja fein, wenn die Kämpfe auch ein bisschen knapper sind. Urban angegriffen. So, auch hier mit Charlie. So, uno momento. Das ist mein Handy. Diese Leute, du bist eine wichtige. So, ich bin wieder da. War eine wichtige Anrufe. Ich entschuldige mich dafür. Wie? Oh, Wurfwaffen weg. Ja, natürlich. Das ist mir aber sowas von Kaffee Latte. Deshalb rüste ich einfach meine neun Prozessoren aus. So. Jo, wieder mal ein paar Duelle gemacht. Einfach so. Aber wie gesagt, das mit der Ehre und mit den Liga kämpfen. Das ist so ein Thema bei mir. Dann werde ich ganz schnell einen Sondereinsatz durch nehmen. Denn pro Level Up ein Sondereinsatz ist schon ganz in Ordnung, weil man schafft kaum ein gesamtes Level Up, wo dann am Ende nur noch gute Missionen da sind. So. Hier einen für heute und dann am Ende werde ich schauen, wie es da eben so steht. Alles unter Wasser. Genau. Ich starte. Waffe habe ich draußen noch schnell meinen Mount Strand. Den ziehe ich jetzt noch durch auf 30. Den Odin wahrscheinlich nicht. Oder ich weiß es nicht. Mal schauen. Vielleicht bekomme ich ja bis dahin noch einen neuen. Muss ich mal abwägen. Aber in letzter Zeit irgendwie habe ich schon länger keinen mehr bekommen. Ach, der hatte ich ja aus diesen Stimmt ja. Aus den Belohnungstruhen. Aus diesen Truhen für Donuts, die ich mir im Shop mal gekauft habe. Für 10 beziehungsweise 15 Donuts. Von dort habe ich die ja genau. Jo, aber im Prinzip ein guter reicht ja. Unterm Strich. Von daher das wird mein Schali sein. Der ist sehr fein. Und der bleibt daheim bei mir allein. Jawohl. Gut, genau. Dann müsste ich mal schauen, was ich heute sonst noch so machen kann. Beziehungsweise vielleicht werde ich einfach ein paar mehr Nachrichten noch vorlesen. Schade irgendwie, dass ich jetzt mit allen Sondereinsätzen echt schon durch bin mit dem Level und dann nichts mehr nachkommt, sondern einfach immer nur unter Anfangszeichen diese Endlosen-Modi. Aber ich werde mal wieder schauen, ob ich die 5 Donuts bei dem Wochenturnier abstauben kann. So, Rangliste. Das sollte im Prinzip immer drin sein. Ja, easy going. Ist zwar immer viele machen dann kurz vor 0 Uhr noch die letzten Missionen mit Donuts, aber das sieht doch sehr fein aus dafür, dass ich nur einen Sondereinsatz hier durchgemacht habe heute. Oh, und da wird noch einer verfügbar. Naja, aber jetzt muss ich erst mal questen, denn ja, man kann ein ganzes Level-Up nur mit Sondereinsätzen sollte man nicht machen. Da muss man die schönen Missionen auch ein bisschen nutzen slash ausnutzen und ich werde jetzt mal schauen, was ich hier so bekommen habe. Minus, plus, sehr schön. Mhm, mhm, plus 5, jawohl. Dann kommst du hin, machst du dran. Hier war noch was Episches, da bin ich gespannt. Plus 10 und jawohl, plus 6, sauber. Wieder verbessert. Der Rest wird verscherbelt. Ich hoffe, dass heute noch ein Schurke kommt und der diesmal down gehen wird, denn ich brauche meine extra Portion Energie am Tag. Irgendwie, ansonsten bin ich schon zu früh durch und weiß nicht mehr, was ich tun soll. Dann, oh, ich dachte schon, das war ein Condi-Item. Dann bin ich durch für den Tag und, ja. Hätte aber gerne noch mehr Missionen und so weiter. Jo, dann würde ich sagen, spüle ich ein Intuition- Item, irgendein Item mit Intuition, so. Wow. Moment, was hatte ich hier, was habe ich hier gesehen? Ja, ich nehme das, ich einmal am Tag kostenlos spülen, warum denn nicht? Mal schauen, was rauskommt. Und, oh, von überall bisschen was, warum nicht? Das passt so, das passt so. Wer hat hier direkt mal wieder live angegriffen? Ein Stufe-11-Spieler der Freak HD, auch noch nicht in Full HD oder Ultra HD. so, Lord Lörich. Dann eine Sache, aber noch kann man mal, das habe ich schon länger nicht mehr gemacht, bisher nach 50 Tagen ist ja doch ein Meilenstein jeden Tag auch den Login-Bonus bekommen. Vom Level her kann man mal schauen, von der Ära ist es ja, nicht so interessant, vom Level her. Stufe 261 und jo, bei Pandora auch schon einige 2,30er und so weiter dabei. Das sieht schon sehr fein aus, aber hier kann man da inaktive, ich will nicht immer, ich will einfach nur, kann man da praktisch inaktive schon raussuchen, denn am Montag oder Sonntagabend muss man sich erneut für eine Liga eintragen. Und wer heute ist Dienstag, wer am Dienstag noch keiner Liga beigetreten ist, der wirkt auf jeden Fall ziemlich inaktiv, oder? Das wäre aber schade, wenn hier schon in den Top Rängen, dass so viele, wow, keine Ahnung, muss nicht sein, dass die alle inaktiv sind, vielleicht haben die nur vergessen, der ohne Team wahrscheinlich schon, aber jo, nun gut, nun gut, konnten die Items passen soweit, Training 7 heute noch, das lässt sich auch machen, ich weiß nicht, ob ich da Kraft ein bisschen was tun soll, aber ich bleibe mal noch dabei, ohne Kraft an die Macht, so in etwa, genau, dann würde ich sagen, das war heute ein bisschen kürzer so, aber für das, für die normale Hero Zero Portion war es das erstmal, ich rüste wieder um zum Missionen machen und werde mich auf die Nachrichten stürzen, so mal schauen, ich muss auch wieder Batterien anfordern, oder nö, habe ich jetzt die Ladung bekommen, heute null mal möglich, habe ich schon vier mal getan und nebenbei nehme ich was an, ich fange natürlich immer ganz links an, ach, wie fein, zwei Minuten, 1460, das ist schön, das zweite Mal noch mit Münzen, die letzten beiden Male, kann man sich mit einem Donuts überlegen, so, und ich würde sagen, es geht los, auf, auf, bitte im Videos, nicht nur in einem Video, sondern in mehreren Videos, soll ich das hier, wer ist wieder Platz 1, man darf es ja gar nicht mehr, erwähnen, Zombie LP, Legende HD, Schilling LP, nein, den habe ich jetzt erfunden, empfangen, bitte im Video, ich bin gespannt, was mir der Held so schreibt mit, 2, beziehungsweise 4 mal X, Schilling mach weiter so, deine Videos sind toll, wegen dir spiele ich jetzt auch Hero Zero, kannst du meinen Helden ansehen und benoten, wie ein Lehrer, ich wollte sogar mal, ich hatte mal so einen Gedanken, Lehrer wäre doch was Nettes, so, es gibt ja Lehrer, die hasst jeder, und ich würde einer von den coolen Lehrern sein, die coolen Painer, schaut auf YouTube nach, gebt Spieletrend ein, da gibt es die besten Videos, sehr nett, sehr freundlich von dir, so, ihr müsst ja aber nicht alle Werbung machen, für mich, ich finde es zwar nett, wer das freiwillig macht, aber, ja, Dankeschön, so, ja, du bist definitiv episch, und hast sogar einen Set-Bonus, das, einerseits sind die Set-Boni echt cool, dass es sowas gibt, nur irgendwie bei der Vielzahl an Items, man kommt fast gar nicht dran, echt mal so einen Set-Bonus voll zu bekommen, ohne jetzt heftig zu blättern, so, oh, ähm, sorry, ich habe den Titel nicht gelesen, musst du nicht deine Aufnahme lesen, Moment, muss ich das rausschneiden, wegen SFGam, du kannst bei uns in die Gilde kommen, YouTube Bros, falls du Lust hast, würde mich so krass freuen, danke dafür, dass du meine Nachricht gelesen hast, okay, ist jetzt nichts Schlimmes, ich hätte es nicht in der Aufnahme lesen müssen, hab jetzt trotzdem, sorry, aber, keine Sorge, Leute, böse Sachen schneide ich immer raus, da muss man keine Angst haben, irgendwie, Nebule, schreibt mir, hi, hallo, du machst geile Videos, weiter so, Umut, der Beste, schreibt, hey, ich liebe deine Videos, mit einer Eistüte, Fragen und Grüße, moin, Spieletrend, beziehungsweise, MMUVZ, ja, richtiger Oldschool Fan, da weiß jemand Bescheid, dürfte ich dir in der Freundesliste, und hast du Tipps für mich, Grüße aus Norddeutschland, Grüße zurück aus Wien, so, Splasher Squad, ihr müsst mal, Tipp Nummer 1, macht euch ein, einzigartiges, Clan Logo, denn das System ist ziemlich fein in Hero Zero mit den Logos, so, jo, bewerten kann ich da nicht viel, ach so, den anderen sollte ich ja benoten sogar, dann gebe ich dir für deinen Set Bonus eine Note 2+, definitiv, so, und für deine Charakterbeschreibung eine 1+, junge Diebe, schnell absahnen, und, nö, das ist so eine, die lasse ich mal liegen, und mache dann, weiter, das ist so eine, die lasse ich definitiv liegen, und mache sofort weiter, die, ach, das wäre zur Not eine, die ich annehmen würde, dann ganz am Ende, oh Mann, ach kommt, enttäuscht mich nicht, ja, die geht schon eher, ja, das ist doch eine, die ich suche, so, oh, Spieletrend, oh, oh, Spieletrend, schreibt, hi, wie geht's, mir geht's gut, alles bestens, dankeschön, schönes Wetter da, steigt natürlich auch die Freude, und, kaum, äh, ist bisschen Sonne da, kauft sich jeder ein Eis, irgendwie, ich meine, ja, passt ja, aber ich, kein Eis, kein Eis, das ist schlecht für die Stimme, nö, das hält man schon durch, aber, ich hab so viel Angst, seit ich mal so lange krank war, ich darf's mir nicht, oder ich will's mir nicht erlauben, dann kann ich keine Videos für euch machen, das ist doch nicht so schön, ich versuche deinen YouTube Namen und Monstern so zu schreiben, mit Augen zu, Schielg, wenn du das i bisschen größer machst, könnten das auch L's sein, Maui's Retreat, kann ich vielleicht in der Freundesliste, ich wollte eigentlich mit Hero Zero aufhören, bei S2, aber du bist einfach witzig und cool und ich gucke immer deine Hero Zero Videos, okay, das heißt, du wolltest aufhören und ich hab dafür gesorgt, dass du nochmal angefangen hast, ich fühle mich schuldig, sorry dafür, du kannst ruhig aufhören, du kannst meine Videos auch sehen, ohne zu zocken, ich meine, wenn's dir Spaß macht, spiel weiter, aber du musst nicht, extra wegen mir, der Jerryberry schreibt live eine Nachricht hier hinein, du hast meine Nachricht nicht gelesen, Doppelpunkt, nein, D, 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 Doppelpunkt, und wieso kosten bei mir alle epischen Sachen Donuts, ja, das ist so, epische Sachen kosten Donuts, die kannst du entweder bei, Sondereinsätzen, bei Missionen, oder bei, Schurken bekommen, aber du machst das sehr fein, selbst mit Level 30 hier, Kondi und ohne Waffe, aber besonders in dem Level, ich würde keine Donuts für Epics ausgeben, nur wenn du sie echt dicke sitzen hast, Hallo, wie geht es Ihnen, liebe Grüße von Herr Styler, der Styler, jetzt bin ich mal gespannt, was du an hast, du brauchst als Styler, das ist kein Styler, wenn du ein Styler bist, du brauchst so eine, so eine Sonnenbrille brauchst du, das ist die echte Styler Brille, so, und ich mache weiter mit einem Namen, der so aussieht, als hätte er den mit Faceroll erfunden, bitte lesen, hey Schilling, du machst die besten Videos, ich mag dich sehr, und hab vor ein paar Wochen, dank dir das Spiel gefunden, und jetzt spiele ich das, und danke nochmal, dann schaue ich mal, wie weit du schon bist, 45, das ist in Ordnung, ich dachte eher, wegen dem Namen ist es so ein Fun-Schar, nur mir eine Nachricht zu schreiben, nicht besser gemeint, aber, oder soll das, Jutf, Jutf, Gück, sieht eher nach so einem, hast du nicht gesehen, Namen aus, so, Schumscharf, Kondi Equip, bei Missionen musst du eigentlich kein Kondi tragen, ich habe das normale Equipment, und verliere fast nie, die Betonung liegt auf fast nie, mein Lieber, denn ich verliere nie, ohne diesen Fast, dadurch wirst du nicht abgefarmt, das stimmt auf der anderen Seite, und, ähm, das kam auch schon länger nicht mehr vor, das stimmt auf der anderen Seite, denn du hast sehr viele Liga-Punkte, und, das zeigt definitiv, dass du nicht abgefarmt wirst, aber, das muss ich echt sagen, ein Fast nie reicht mir, mittlerweile nicht mehr, ich möchte doch, es ist echt angenehm zu sehen, dass man jede Mission schafft, und nicht immer, dann Angst und Bange haben muss, oh, diese Schwere, die jetzt so viel XP gibt, schaffe ich die, oder schaffe ich die nicht, ja, deshalb, mache ich es trotzdem so weiter, man muss es aber natürlich nicht, das, da hat er schon recht, der Alexander schreibt, Hallo, schau bitte mal meine Beschreibung an, hier hast du Donuts, Dankeschön, und wenn, ich bin einfallslos, um eine Beschreibung zu haben, das kommt mir irgendwie bekannt vor, das hatte jemand schon mal, oder warst das du, ich weiß es nicht, Best King LOL, in League of Legends, der beste König, mach doch bitte eine Bewertung zu meinem Charakter, in deinem nächsten Video, Leute, ihr wisst, was ich über Charakterbewertungen denke, das hat kaum Sinn, so, Sonic Run, du warst aber sehr, oder Sonic Run, könnte man auch sagen, du warst aber sehr lange online, hier, und dann noch mal eine Dreiviertelstunde, schreibt, hey, wollte fragen, ob du mich zur Freundesliste, eden kannst, bin aber kein Anfänger, bin seit Server 5 dabei, und nur einen Donut, schau dir mal an, was mir die anderen schicken, immer gleich 10, 15 Donuts auf einmal, so, Stufe 9, da geht noch einiges, wenn du schon, so, noch was habe ich gerade im Video vorgelesen, aber das darf ich nicht vorlesen, ich, wenn ich jetzt sagen würde, warum, dann wüsstet ihr Bescheid, also, vielleicht ein wenigstens einander mal, wie auch immer, Fanatic schreibt, Freundesliste hinzufügen, plus geile Videos, that's G-Cheat, nice, 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 das G steht für Gangster, oder so wahrscheinlich, irgendwie das, ach so, Freundesliste, sorry, das war ja immer das Rätsel bei uns, wofür steht das G in G-Unit, aber das war schon einige Jahre her, der Onkel Markus, LP, schreibt mir vor wenigen Sekunden, bitte im Video, Schilling, kann ich bitte in deine Freundesliste, deine Videos sind, nice, hab doch in den Videos angefangen, dir so in Hero Zero zu zocken, ich muss sagen, jetzt gerade in diesem Video, war die Ausbeute an Freundeslisten, ziemlich groß, aber das, das hört sich interessant an, Games von FD Gods, spielst du nur auf PC, oder manchmal auch auf Konsolen, zu 98% PC, ich spiele aber bei Freunden, sehr gerne auf der Wii U, alle Mario Spiele, Mario Kart momentan, dann dieses Super Mario 3D, Mario Party, haben die jetzt neu, die Wii U, finde ich sehr genial, und vor allem, dass man auch einfach, mit Kumpels, so, direkt auf der Couch zocken kann, bei PCs kann man das auch, aber, also mit ihnen zocken, aber die sitzen dann einfach nicht, daneben, sondern sind im TS und so, und das ist, es ist einfach was anderes, Konsole versus PC, aber, meistens doch PC, Hi, du bist, du 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 du, Freund, schreibt der Schilling, 51, so weit sind wir schon, so, Dula schreibt, ich würde das nicht lesen, oh, ich überlege gerade, ob ich das lesen soll, denn ich weiß, was bei den letzten Malen passiert ist, das habe ich immer am Ende gelesen, und dann, ich versuche es, Leave Britney alone, Leave Britney alone, Woah! 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 Woah!